Ich bin ein Schatzsucher. Ich suche Schätze. Ich bin ein kleines dieses Baby-Einhard. Mit Flügeln. Pink fluffy unicorns dancing around. Nein, nein, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht, sing einfach nicht. Pink unicorns dancing around. Unicorns goes. Nein. Schließflächer, schließfächer, wunderbare Schließfächer. Ja, die auch. Die auch. Ja, 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 ja. Ich glaube, er hört dich nicht mehr. Oder vielleicht doch, wenn er den Streamer ansieht. Ich habe mich in den Schiff verkrümelt. Ich konnte noch Schiss sagen. Überwinde die Dschungelhindernisse und renne zur Zielline. 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 Zielline wird nur mit ihr geschrieben. Niemand mag besserwisser. Niemand mag klugscheißer. Wie soll man das denn machen? Das habe ich schon geschafft. Das ist easy. Ich habe eine Menge Fantasie. Ich schaue in einer Pole Position. Ebenso. Ebenso. Jui. Let's go. Oh, tschüss, Luis. Da ist ein Aria. Was ist das denn jetzt? Weck da, weck da, weck da. Das ist der Dschungelwürfel. Ein Dach gehört aus ja direkt vor mir. Ja. Oh, da muss man schwimmen. Was für ein Aria? Vielleicht nicht ganz für uns, aber... Wieso? Wir sind alle in einem Team. Ja, wir sind alle in einem Team, aber am Ende gibt es das Battle Royale, ne? Oh. Da ist jeder auf sich alleine gestellt. Oh, hier ist Windet. Nein! Da bin ich auch runtergefallen. Ich bin hier irgendwo oben. Du bist oben geblieben? Ich bin oben geblieben. Geblieben? Nein! Ich falle! Okay, jetzt falle ich. So, nur noch ein, nur noch die letzte. So ein Rhino hat mich erwischt. Ein Rhino. Ja. Ein Rhino? Nein. Oh, ich hab mich qualifiziert. Ich bin auch gleich. Wee! Bin drin. Oh, ein Rhino. Die Kartcheck Planet ist drinne. Bist du auch drinne? Was ist das? Nee. Oder? Noch nicht. Doch, da ist er. Er ist noch bei den Rhinos. Bei den Rhinos. Kannst du noch schaffen? Oder eher weniger? Nee. Nee. Besten 50 Prozent. Beste 20. Alter, beste 42. Ah, nee, beste 60. Entschuldigung. Hast du's noch geschafft? Nee. Ich war bei den besten 60. Du meinst bei den, die nicht... Immerhin hab ich's in die besten 60 geschafft. Muss man ja mal zusagen, ne? So. Es ist eine Seltenheit, dass ich's mal über die erste Runde schaffe. Hoffen wir mal, dass ich das mit der zweiten wiederholen kann. Ist der Hund eigentlich wieder drin? Oder ist das schon wieder? Äh, der Hund ist wieder drin, ja. Okay. Ist der Hund wieder drin? Ist der Hund im Hundehaus? Ja, der Hund, der Hund wollte zwar wieder türmen, der wollte zwar wieder mit mir raus, aber sie ist drin geblieben. Die gute Cleo. War es nur mit dem übereinstimmenden Symbol entgeist du den Schaden? Memory. Memory. Es hört ihr auf den, äh... Du musst... Egal. Weintraube, Melona, Weintraube, Melona... Achso, das ist Zufall quasi. Das ist ja gemein. Weintraube, Melona, Weintraube, Melona, Weintraube, Melona, Weintraube, Melona und Weintraube, Melona. Oh, gut, dass ich da nicht mitmache. Melona. Melona? 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 Eine Mehl... Lona. Melona, Weintraube, Melona, Weintraube, Melona, Weintraube... Melona? Was war das Grüne hier? Melona? Ah, das war Traube. Das da... Okay. Banane... Apfel... Mal. 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 Ein oder zwei sind runtergefallen, meine ich. Echt? Ne? Also, ein einer ist definitiv runtergefallen, dann hab ich gesehen. Ich glaub, es waren sechs gerade. Ja, aber zwei, von denen ich weiß, dass ich hier runtergefahren bin. So. Mal sehen, was jetzt kommt. Nein! Verachtung angriff. Nicht die Natura. Da sind ja lauter Rhinos. Rhinos. Rhinoceroses. Rhinoceroses. das habe ich die passest du beim letzten mal das ist ja mies wie spiele ich das am besten ausweichen ausweichen das ist klar frage ist wie mit einer menge ich bin ausgeschieden nicht dahingehen wo die rinos sind ja ich weiß dass das geschafft nein da bist du ja ist das wie dieser einer dieser mario der macht das gar nicht so schlecht die trampoline außen damit er möglichst lange weg ist gerade am am rand entlang in der hoffnung dass das vielleicht klappt das ist aber das ist trotzdem gewagtes spiel aber geschafft ja ernst geschafft der typ der dritte runde das passiert selten ich bin draußen ja leider wie viel gibt es vier bis fünf ich glaube jetzt ja ja du bist noch einmal halbieren das am ende meine ich sechs sind sechs bis sieben meine falsche fände und für der verborgene fahrte ich glaube es kommt wirklich darauf an wie viele wie viele rausfallen in der kompletten runde ok das wird sich meine falsche fände und finde verborgene fahrte sich schon gereimt nach das ding wieder nicht so deins ich bin ganz glücklich dass ich ausgeflogen bin und weg bin ich flutsch und weg sag ich ganz und weg man muss sich das vor allen dingen mal merken vor allen dingen muss ich das ja dauernd merken ich glaube fast dass ich dass ich den fehler gemacht habe aber das schöne ist die hütteln sich so schön okay das schon mal nicht nein oh Gott ach Gottlchen ach Gottlchen der Kerl schafft es ja der Kerl schafft es vierte runde qualifiziert g's louis ich behaupte mir mal das vielleicht schaffe ich sogar den victory royale nee warte wie nennt man das nochmal egal lassen wir das den Endsieg den Endsieg das hört sich falsch an wie schon wenn es ein deutscher sagt hört es sich falsch an ja egal lassen wir das gucken wir mal lieber nach was mich erwartet durchbricht die Türen um die Krone am Ende des Labyrinths zu erreichen oh royal nennt man das nicht so oh royal oh victory royale so das war gibt es auf jeden Fall ach du kacke das sieht aber cool aus das will ich auch machen ich nenne das immer fleur de sel fleur de sel oder kräuter de provence ich glaube das hat nichts damit zu tun weiß ich nicht wie hält man sich denn fest mit äh womit spielst du? mit der Tastatur äh mit dem mit Shift ach soo mir schon wieder zu viele Tasten du wirst proben wenn du nur eine hast ne ja huch huch okay das sieht raus irgendwie sind die Dinger ja niedlich oh schade schade drum ausgeschieden naja es kann nur einen Winter geben ne ich hab ein einziges Mal in meinem Leben so ne Krone gekriegt einmal ja ich glaub da war ich so war das nicht sogar im Stream ja und so brauch ich so ne Krone im Spiel wenn ich in Wirklichkeit eine habe also ich geh da mal kurz oh ich hab ein Schatzsucher Kostüm ich hab ein Dromedler Kostüm nice und ich bekomme einen neuen Skin Mauerwerk also das neue Muster heißt Mauerwerk und okay ich geh mich nochmal kurz umkleiden so wenn du es uns ach zu scheiße Muster bin fertig komm wir gleich wie so sagst du ach du scheiße nichts man kann sich drehen ja wie geil ich hab ja schmetterlich hab ich doch vorhin gesagt ist ja fein sie habe ich doch vorhin gesagt ein Moment die Pizza brennt an ähm möglich ich riech's nicht doch nicht jedenfalls oh es gibt ne weiße Taube nein Skarabeus okay ich möchte die unter das Unterteil für die weiße Taube haben ich bin eine Schneemann Taube und ich bin ein Mauer ich bin und ich bin ein Mauerwerk ich bin eine Mauer auf Beinen weißt du jedenfalls Citrus Cesar Schneemann Taube jetzt bin ich eine Schneemann Taube und ich bin ein Mauerwerk auf zwei Beinen okay und Frisches ist ein klassisches Einhorn pinkes Einhorn ja mit Flügeln mit Flügelchen er ist auch Fluffy und er ist ein Pink Fluffy Unicorn aber er danst gerade nicht auf Rainbows äh kriegt ihr die Namen dazu geteilt ja die Namen kriegen wir zugeteilt da bin ich juhu jetzt steht die Pizza hier im Weg äh ich habe hier so ein kleines Babystückchen oh das ist ja süß Schatz ich bin eine Schneemann Taube echt ja guck mal das Unterteil an ich habe einen Schwanz ich auch ja aber du bist aber du bist keine Schneemann Taube ich glaube nicht dass es darum geht weißt du nicht ich bin eine süße kleine Schneemann Taube ah hier nochmal schnell was zu trinken einschicken na noch hast du Zeit joo ja das Spiel liegt mir eh nicht nicht ne überhaupt nicht na gut mir liegt es einigermaßen aber es ist nicht mein Lieblingsspiel du warst so viel nach was lauerst du ja aber das heißt nicht dass das ist einmal und überwinden die Hindernisse und rennen ins oh das Ding das habe ich auch noch nie hingekriegt echt jetzt das ist scheiß das habe ich ganz selten mal hingekriegt also mit Shift hält man sich fest das ist gut zu wissen mit Shift hält man sich fest mit Steuerung macht man einen Hechtsprung genau und mit Leertaste nur einen Einsprung äh ja gut Ende übrigens was ich sagen wollte ist wenn du Shift drückst und dann jemand vor dir steht kannst du ihn festhalten ist ja lustig wag jetzt nicht das bei mir zu tun genau also sollst du vielleicht nicht zu oft machen weil das ziemlich nervig sein kann ja ich mach jetzt nur noch zack geht nicht falle schon ich bin der Einzige in der Feld nö ich auch na ja das heißt ja auch Paul Guys ich nicht ich bin noch ähm stehe noch hallo ich nehme es etwas gemütlich ja damit wäre dieser Kontrollpunkt äh durch noch schlage ich mich ganz gut das ist gut willkommen im Club noch hat sich auch niemand hör auf mich zu schubsen Alter ist das ein Hurensohn Entschuldigung ja wir sind jetzt 18 ne achte auf deine Wurst mal Adaria kann davon ein Liedchen singen solltest du dich dann doch nicht auslassen nicht in der Art und Weise nein der hat mich einfach geschubst ja so ist das Spiel ne ja aber doch nicht so das habt ihr nicht gesehen hat er nicht gesagt wir waren auf der nächste wir sind auf einem Flügel und da schubst er einfach ja na er jetzt nicht aber der andere eben äh passiert ich war auf dem letzten Ding ich bin gleich beim ersten Checkpoint was? echt jetzt? erst beim ersten? ja klar jeezu ries ja klar sagt er aber doch oh nee ich bin schon wieder runtergefallen ah nein er hat gezählt netze ich seh euch da hinten ihr springt nein ihr springt ah qualifiziert ich ne ich komm ja für die rüber yes geschafft Brownsilver the Unicorn hat sich qualifiziert oh zweites Checkpoint weißt du ich springe oder springt nicht wo bist wo bist du du bist da ganz hinten ah äh ja noch sind noch nicht so viele reingeschafft also ich schaff's nicht ich schaff's nicht auch nicht also du bist doch am letzten Checkpoint oder so ja aber ich schaff's trotzdem nicht weil ich hier einfach nicht rüberkomme was war das gerade fünft guck mal die sind doch in Ordnung die Leute die schubsen einen nicht der vorhin der war so mies der guckt einen auch noch an auch da ist einer mit mir auf dem Flügel den schubst ich mal ja das ist das Spiel ne das ist nicht ist Kassel bloß kommt schon leider ich glaube noch nicht als letzter ganz hinten au ich sag's doch das hab ich nicht du hast noch 20 äh qualifizierte also noch noch hast du Zeit du weißt aber dass das ganze Ding auch auf Zeit läuft oder ja wobei ab einer gewissen Zeit wobei kein Timer angezeigt wird also noch hast du Zeit aber aber jetzt du kleines ach 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 ich hab ja nichts gesagt ich war ja nicht beleidigend nicht so wie du du hast es ausgesprochen ja das Problem dabei ist ich kann ja sogar dafür gesperrt werden sag ich doch ich kann sogar dafür gesperrt werden wenn ihr's sagt mhm deswegen sag ich immer Schnitzel wenn mich irgendwas ärgert bei Schnitzel dafür wird man nicht gesperrt ne nehm ich mal an wenn man Schnitzel sagt so wobei ich hab mich qualifiziert hä ich hab mich qualifiziert als einziger ach Alter ja aber nö mal sehen was kommt ne du kannst nicht fliegen du kannst nur das Unterteil ich weiß Mappa ich weiß da fliegen die was Mappa meinte gerade dass ich nicht fliegen kann ich habe nur das Unterteil einer Taube ja du bräuchst es mehr dafür so wo wird es mich jetzt hin verschlagen ich wollt's doch nur mal ausprobieren Manno musst du so kommen falls ich vom Hoverboard überlebe bis zum Schluss ach ja das Ding ich erinnere mich glaube ich ich wollt doch nur fliegen ich wollt doch nur fliegen nein ich tu doch nichts ne ok einfach nein ich will doch nur fliegen nein computer sagt nein einfach nein ok ich seh schon einfach nein ok ok ich sag ja schon gar nichts mehr nein ich sag ja gar nichts mehr nein ok das wird witzig in Anführungszeichen kann ich gerade einmal was nachgucken ok hop ganz da vorne alter alter der Cat wie ist der Spider-Man ne ich bin äh ich bin ich habe ein Mauerwerk Skin also ich sehe auch wie eine Mauer Spider-Cat Spider-Cat Spider-Pick 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 tut was auch immer ein Spider-Pick tut ok first sneaking treasure ist schon mal Spider-Cat ist besser Spider-Cat Spider-Cat oh Gott ich dachte da geht es runter ja lasst mich doch alle durch ihr Dödel ihr Dödel ich finde die nicht ich finde die nicht oh Schnitzel ist er weg wo bist du ich habe es ausgeschieden oh nein ach deswegen finde ich die nicht mehr dann bänden wir mal Runde 2 ausgeschieden was soll man machen egal nächste Runde du müsstet ihr immer nicht so lange warten besser als Runde 1 auszuscheiden ja das ist leider um wahr immerhin müsst ihr da nicht so lange warten ich heiße eh gerade mit vollem Mund spricht man nicht ich hatte zuerst der Mutter nicht beigebracht nö nö das merkt man hat auf mich gewartet war als erster ausgeschehen und bruch am längsten ja natürlich bin ich anders zu erwarten pizza ich freue mich auf mein essen gleich das weißt du am besten denn du bereitest du es mit zu pizza nein okay weil er von pizza redet die ganze zeit nicht okay was mache ich denn eine menge fantasie guck nicht so da unten dass du wonach soll ich gucken nicht du ich guckst du denn ich gucke in die kamera und grümmig ich guck wieder das da sind doch wieder die rino zur rotze die schlagen die reino ich bin ja direkt am ende hängen geblieben vorhin recht jetzt ja wo genau also an der rutsche da ja gehe ich nach oben oder bleibe ich unten ist denn dahinter nicht genau ich gehe und das ist eigentlich sicherer ich auch aber nur weil ich gefallen bin ich ja ich darf mich nach hallo ich bin jetzt bei diesem roll mich kann mich kann man nicht sehen weil ich bin hinter ich bin über euch du bist du denkst du stehst über uns der hat mich fast weitergeschubst das wäre ja lustig gewesen ich denke es nicht nur ich weiß es jetzt aber ich bin noch nicht drin ich bin runtergefallen ich bin drin ich habe echt der glückssträhne so weit war ich noch nie ich habe kurz den platz weggenommen ihr klärt euch das unter euch einen unter euch selbst auf so und einander ihr klärt das euch untereinander auf entschuldigung du hast es geschafft ich habe es geschafft ich auch und ich war direkt vor der ziellinie ich habe es geschafft ich habe es erst einmal in der zweite runde geschafft ich habe es jetzt gesamt oder hier schaltkreislauf ich erinnere mich das habe ich bei dir gesehen in der ganzen zeit erst einmal in der zweite runde aber ich habe auch erst wie viele spielstunden habe ich denn also ich habe 23 stunden 23 also du hast fast den ganzen tag gespielt ja insgesamt ja also heute schaffe ich die 24 noch 3,4 stunden das ist viel ich weiß gar nicht wie viel ich habe aber da gucke ich gleich nach ok ja ja 3,4 ich muss mich konzentrieren damit ich nicht jetzt ausscheide denn ihr wisst was man über ausscheidungen sagt sie stinken nein einfach ok dumme idee ich gehe woanders rennen dafür musst du nicht erst ausgeschieden werden komm schon ich bin ein bisschen hinten rum aber es gibt ja noch genug plätze dessen ist ja vorne eine aydaria ist ja ganz vorne ja diesmal ist sie ganz vorne ok beim letzten mal weiß ich das auch also dem ach das ding ist das ja man muss zwei runden machen upsala und was gackst du denn da ich guck dir grad so ein frisches zu einem der es überhaupt nicht hinkriegt halt achso das ist schon ne da steht zio dran ich weiß gar nicht nein dir guck ich nicht zu ey schnüff wem guckst du denn zu hm ne banane ne banane ne banane ja so ne bananenstaude mit nem äh äh dino hintern hm vor mir ist grad so ein äh Typ in among us kostüm in einem mongo kostüm among us das ist ein beleidigendes wort für leute die trisomie 21 haben ja ich kann es noch schaffen oh alter alter wurde auch einfach okay ich auch ja ich komm hier einfach nicht rum aber ich schaff's auch noch du meinst wahrscheinlich bonobos so ich bin drin hui na come on ja geschafft oh sehr gut oh hier ist noch ein stück qualifiziert gerade so noch ich guck euch weiter zu danke oh mein Gott war das süß guck euch weiter zu ne wirklich ach da war die banane mit dem dinoschwanz nein mir ist ein stück pizza runter gefallen Pusterhund so Pusterhund auf wie soll es egal lassen wir das äh ok mal sehen wo wir jetzt hin geballert werden bitte was gutes oh das schon das wird witzig ok ich flieg raus ach mal sehen vielleicht nicht auch aber mal gucken ne gut dass ich vor zwei runden rausgezogen bin mal sehen ob Fortuna uns doch lacht ach ja Fortuna denkt sie nur nein du nicht Fortuna Major Major? warum lässt man Pizza fallen? weil man nicht essen kann das hört sich nach nem sehr guten Grund an ehrlich gesagt ja ich weiß aber jemand kann sorry alter wie sorry ich mein's ja gar nicht so doch meinst du nein hör auf mir zu sagen was ich meine und was ich nicht meine nö ah ah come on was machst du denn da das tut ja weh ich versuch da hochzukommen mit allen anderen die wir allesamt im weg stehen beziehungsweise ich steh den auch im weg also ist das würde ich grad sagen fair gesagt ich glaub ja die Rampe steht hier im weg wenn ich mir das angucke ah jetzt hat das jetzt hab ich's geschafft ah Leute der Darya ist auch nicht viel weiter ne ah da ist er ne nein du kleines schnitzel ja wer hat das eigentlich dazu wieder weggeschoben das war Sio geh halt hier hoch Sio hat's geschafft da wo du's nicht geschafft hast schön für ihn ich ich habe da ich hab's da geschafft wo alle anderen was hakt okay mal gemacht da guck mir Scheiße hier ja ja ah come on geht mir doch nicht auf die Nüsse ach schnitzel genau ach schnitzel apropos schnitzel das gibt's auch in der Aydaria ah deswegen hat sie ah ok wir beide sind rausgeflucht sag ich doch aber so knapp naja die warten nur noch zwei Kilometer entfernt von sich hey was soll man machen ach so dann kann man ja beenden ja genau erreich jetzt zwei mal Runde 3 wow ist doch gar nicht so schlecht mhm und ich krieg jetzt glaube ich auch was schönes juhu doch mal da auch noch nicht ganz den das Oberteil oder das Unterteil äh warte mhm wo ist es denn ich glaube das ich glaube das Unterteil aber da bin ich auch gerade äh ja hier ist das Unterteil ja und äh das Oberteil habe ich nicht ne 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 doch oh wie geil ne 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 Ich bin ein Dromedar. Was ist denn ein Dromedar? Ach so! Oh ja, jetzt komm ich mit! Wie geil! Ach, das ist ja süß! Ich hab wieder was gelernt. Das sind doch diese Spucktiere. Ja, du meinst Lamas. Du bist auch Lahm, mein Freund, ja? Oh, schlechter Witz. Hey, du hast kein Muster mehr. Ja, Papa, hast du recht, tatsächlich. Ich hätte jetzt auch gern Corona. Können die mal Abstand halten. Liebe Zuschauer, wir reden vom Bier. Ich möchte das nur... Ein schönes, schönes, kühles Corona. Ne, ich mag Corona gar nicht so, muss ich sagen. Also das Bier. Das Bier. Weil Corona mag, glaube ich, keiner. Ich hab letztens meiner Mama Corona geschenkt. Also einen Kasten. Ein Bier. Das muss man nicht immer dazu sagen. Ja, im Moment wirklich. Ich fühl's aber noch... Das ist eigentlich okay, finde ich. Ja, es ist okay, aber es ist nervig. Es gibt Schlimmeres. Es gibt viel Schlimmeres. Das krieg ich doch wieder nicht hin. Was kriegst du eigentlich nicht hin? Nicht nichts hin. Es ist wenig, was ich nicht hinkriege. Usch ist nicht mit dieser Einstellung. Du musst daran glauben. Warte, wieder gesagt. Ich glaube, er kann Berge versetzen. Ich glaube, ich hab das letztes Mal geschafft. You can do it, you can do it. You can do it. You can do it. Und das ist das, was ich einmal geschafft habe. Oh, Pole Position. Willkommen im Club. Hallo. Ja, da bist du. Ja, da bin ich. Warte, wo bin ich? Oh, Leute. Seid ihr irre. Seid ihr alle verrückt, wolltest du grad sagen? Das fand ich gut. Weißt du, das ist ein Schubsen, das mag ich ja. Wenn du nach vorne geschubst wirst. Nee, ich bin ja runtergefallen. Aber das war kein Absichtsschubsen. Sondern das war ein Oh-Sorry-Schubsen. Ja, das kenne ich. Bin leider öfter mal der Typ, der es aus Versehen macht. Ah, come on. Nein. Oh, noch keiner. In welcher Richtung muss ich ihn lieben? Oh, oh. Sexy Lady. Nein, vorm letzten Checkpoint. Na komm, im Club ist mir gerade auf. Vorm letzten Checkpoint. Nein. Jetzt halte ich aber an, ich wieder gehe. Oh. 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 Oh, geschafft. Letzter Checkpoint. Oh. Ich hab's geschafft. Wieder auf dem letzten Checkpoint wieder. Geschafft. Aber was ich sehr gut kenne, ist es so schön anrichten. Das kriege ich zum Beispiel gar nicht. Qualifiziert. Nein. Ja, ich mich auch. High Five. High Five. Virtual. Was ist denn Frisches? Frisches ist, glaube ich, da hinten. Also ich schalte immer nur durch die gleichen Person durch. Ah, das kenne ich. Da. Schade, dass man... Und wieder runtergefallen. Da ist Frisches. Da ist Frisches. Du kannst es noch schaffen, Frisches. Noch ist nicht aller Tage Abend. Er kommt wieder. Keine Frage. Genau. Na ja, hat da nicht auch jemand von dir ein Cover gemacht? Für dich? Von den zwei? Nein! Aydaria. Äh, ja. Oh. Iron hat's, glaube ich, umgedichtet. Meine ich. Genau. Iron hat's. Also kein Cover. Leute! Money! Oh. Sorry, man. Ich bin die ganze Zeit davor gewesen. Oh. Ja, so hab ich mich auch oft gefühlt. Ah, mit Parley, Pupsi, Schatzi. Egal, bei der nächsten Runde. Ja, ja. Irgendwas muss ich können, Mappa. Irgendwas muss ich können. You can do it. You can do it. You can do it. Wir müssen das irgendwie männlicher... Oh, das ist cool. Also ich cool, aber. Ist cool. Ich glaube, ich hab's raus... Ich glaube, ich hab beim Nashornangriff den Dreh raus. Ich nicht. Ich glaub, ich mach mir noch ne Pizza. Was? Wir haben jetzt die Hälfte runtergefallen. Oh. Ich jetzt? Hmm. Lecker. Nicht? Weiche den anstürmenden Nashornangriff aus, aber bleib in der Arena! Seitdem hab ich die ganzen Hundehaare im Mund, als ich's aufgehoben hab und weitergegessen hab. Hmm. Ich hab mir dann extra... Oh, das ist auch neu. Jetzt haben wir diese, ähm... Wem guck ich da zu? Ach, ein Darya ist das! Guck dir an! Oh, da kommt Rio! Oh! Ah! Oh! Oh! Himmel! Himmel? Oh! Nee, ich glaub, da sind wir nicht. Oh! 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 Ai, okay. Oh! Oh! Oh, Schnitzel, da ist sie auch rausgeflogen. Ach ja. Ey, ich hab doch auf Ben gedrückt. So, dann können wir ja abbrechen. So. Ungebeendet. Welches Level hab ich denn jetzt? So, dann können wir ja abbrechen.